Welche ISO-Einstellungen sollten verwendet werden? Die Antwort ist einfach. Wenn möglich, sollten Sie immer mit der niedrigsten ISO-Einstellung fotografieren. Also ISO 50 oder 100. Hier zeige ich, warum. Diese beiden Fotos einer Kirche wurden vom selben Standort aus aufgenommen. Beide sehen gut belichtet aus. Das rechte Bild wurde mit ISO 100 belichtet und die Verschlusszeit auf 4 Sekunden eingestellt, weil die Lichtverhältnisse in der Kirche so schlecht waren. Es war einfach extrem dunkel. Das linke Bild wurde mit ISO 6400 und einer Belichtungszeit von 1 zweihundertstel aufgenommen. In dieser Größe sehen beide ziemlich gleich aus und wären beide brauchbare Bilder. Bei näherer Betrachtung, wenn wir das Bild auf 300% vergrößern, wird der Qualitätsverlust bei hohen ISO-Einstellungen deutlich. Also wenn möglich, immer mit der tiefsten ISO aufnehmen.